Herzlich Willkommen zum neuen Video, mein Name ist Roger. Im heutigen Video geht es darum, dass ich mir mal selber die Finger verbrannt habe bei einem Coin, Kryptowährung, mal ein bisschen Selbstkritik übe und dann zu guter Letzt gehen wir noch so ein bisschen ins Allgemeine. Ich will euch gleich zeigen, um was es geht. Ihr habt es mit Sicherheit schon mal gehört. Oder vielleicht sogar gesehen. Es gibt ja die Netflix-Serie Squid Game. Ich selbst wurde durch die Medien auf die Serie aufmerksam, habe mir dann auch mal die Folgen, die es zur Zeit bei Netflix gibt, angeguckt. Einfach um so in dem Thema mal so ein bisschen drin zu sein. Ob wir jetzt unbedingt so eine Serie gebraucht hätten, wie man sieht, wie toxisch die Welt vor allem seit Corona noch mehr geworden ist, lassen wir einfach dahingestellt. Der Inhalt der Serie ist jetzt heute auch kein Thema, sondern findige Menschen oder ein findiger Mensch, man weiß es nicht, hat einen Coin erstellt. Und zwar den Squid Game Coin. Es soll ein Handyspiel geben, das hier ist die Webseite dazu, es soll ein Handyspiel geben, beziehungsweise ein Game halt, wo man praktisch diese sechs Spiele aus der Serie nachspielen kann. Es wird 456 Spieler geben und im November soll das Ganze losgehen. Ob das überhaupt kommt, lassen wir dahingestellt. Auf jeden Fall halt, was ist passiert. Ich will es euch ganz einfach zeigen. Machen wir gerade hier das Kleinen. Und zwar hier ist mein Handy, mein Trust Wallet. Und dann seht ihr, ich habe 21,837811 Squid Game Coins. Aktueller Wert 642,86 Euro. Als ich diese Coins gekauft habe, das war sogar in meinem Livestream bei Twitch. Davon gibt es leider keine Aufzeichnung, weil ich meine Livestreams nicht aufzeichnen lasse bei Twitch. Durch die ganze Problematik, wegen der Musikrechte und so weiter. Es gibt keine Clips und keine Highlights von meinen Livestreams bei Twitch. Waren aber einige hier aus der YouTube Community, waren aber auch live dabei, als ich mir diesen Coin gekauft habe. Nach meiner üblichen Regel habe ich genau 100 Euro investiert. Dafür bekam ich halt die besagten 21,837811 Coins. Und dann, ich glaube es war sogar sieben oder acht Stunden später, habe ich die erste Meldung in Telegram bekommen, in unserer kleinen Gruppe, in der ich mich da befinde. Es gibt Meldungen, dass man den Coin nicht mehr verkaufen kann. Gut, wie gesagt, ich habe meine Hausaufgaben beim Kauf von diesem Token überhaupt nicht gemacht. In keinster Weise, deshalb kommen wir jetzt auch direkt zur Selbstkritik. Und zwar, ich selber muss mir ankreiden, dass ich hingehe und lese Vorunterlagen, 86 Seiten, wie zum Beispiel hier zum Frank-Thelen-Fonds, habe ich mir durchgelesen. Jedes Factsheet, jedes ETF-Papier mache ich links. Die Bitpanda-Krypto-Indizes, Unterlagen habe ich von unten nach oben durchgearbeitet, ob da irgendein Haken drin ist, um euch darüber zu informieren. Und genau bei dem Coin hier habe ich es nicht gemacht, bei meiner eigenen Recherche. Außer, dass ich mich halt wirklich dran gehalten habe und habe halt 100 Euro investiert. Auch noch so eine kleine Geschichte. Letztens kam jemand hier aus der Community in meinen Twitch-Stream und hat gesagt, hey, hier, Roger, guck mal, ich habe da so ein Projekt entdeckt. Würdest du da mal bitte drüber gucken? Dem ging es auch nicht darum zu sagen, was er jetzt machen soll, sondern ihm ging es nur darum, meine Meinung ihm zu diesem Projekt zu sagen, wir haben wirklich dieses Projekt ganz komplett zerlegt. Das ging so weit, dass wir sogar auf den Firmensitz draufgeschaut haben über Google Earth, haben auf dem Twitter-Account geguckt, haben Intelliquem geguckt und mein Fazit war, oder mein Resümee zu diesem Projekt war, ich würde in dieses Projekt nicht investieren. Also sprich, ich weiß, wie es funktioniert, um Scams aufzudecken und habe das, meine eigenen Regeln, komplett beim Investieren in diesen Squid Game Token über den Haufen geworfen. Vor allem im White Paper, und das ist wirklich nur 17 Seiten lang, steht genau drin, was die Problematik ist. Und zwar, sie sagen halt, Squid hat eine innovative Anti-Dump-Mechanik installiert. Anti-Dump bedeutet halt, dass es nicht diese Preisspielereien gibt durch Käufe und Verkäufe, sondern halt, man muss praktisch noch einen zweiten Coin als das Gas oder das Gas vielmehr gesagt benutzen, um dann berechtigt zu sein, den Squid Token über Pancake Swap wieder zu verkaufen. Es steht genau im White Paper drin, allerdings auch noch einige Rechtschreibfehler. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Squid Token gekauft habe, nicht gelesen gehabt. Ich hatte überhaupt nicht in zwei Paper reingeguckt. Und da kommt zum Beispiel schon mal, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich gesagt hätte, okay, Finger weg, da investiere ich nicht. Vor allen Dingen, hier steht drin, 2 zu 1, Stand heute mit dem Video ist es schon 1 zu 10. Das heißt, für einen Squid Token zu verkaufen, bräuchte man schon 10 von diesen Marble Coins. So, und dann kommen wir jetzt mal auf die nächste Geschichte. Jetzt schauen wir auf den Chart von dem Squid Token. Und dann sieht man, der Wert ist aktuell 34,50 Dollar. Und dann schauen wir auf den Chart von dem Marble Coin. Der ist mittlerweile auf 4,88 Dollar. Und wie gesagt, der Kurs ist, oder 4,90 Dollar sogar. Sprich, man braucht 10 von diesen Coins, um einen einzigen Squid Coin zu verkaufen. Ihr seht also, diese ganze Rechnung wird ad absurdum geführt. Das ganze System kann nicht funktionieren, wird nicht funktionieren. Der nächste Hinweis bei dieser ganzen Geschichte ist halt, damit man halt bei diesem Squid Game mitmachen kann. Insgesamt sind es ja 456 Spieler. Muss man sich in das Spiel einkaufen. Und allein, um bei der ersten Runde dann dabei zu sein, müsste man jetzt schon praktisch 7.000 Dollar investieren. Damit man könnte dabei sein. Also, wenn man jetzt hier drauf geht, und jeder muss dann halt 456 von diesen Coins bezahlen, dann könnte euch, Stand jetzt wären es knapp 7.000 Dollar. Und das Einzige, was ich vor dem Kauf gemacht hatte, damit ich an die richtige Adresse komme, von der Smart Chain war auf CoinMarketCap geguckt. Gucke ich normal nie hin. Ich gucke normal immer auf CoinGecko, aber in dem Fall habe ich es halt auf CoinMarketCap gemacht. Und selbst dort stand halt, dass sie halt mehrere Meldungen haben, dass die Nutzer nicht in der Lage sind, auf PancakeSwap den Coin wieder zu verkaufen. Und mittlerweile hat auch Netflix bestätigt, dass sie nichts, nichts, überhaupt nichts mit diesem Projekt zu tun haben. CoinGecko ging sogar noch weiter und hat eine Meldung veröffentlicht, sie listen diesen Coin nicht, weil er nicht die Kriterien für ein Listing auf ihrer Seite erfüllt, aufgrund verschiedener Warnhinweise. Ich habe es nicht gelesen, ich habe auf CoinGecko nicht geguckt. Und mittlerweile gibt es auch sehr viele Meldungen, dass es ein Scam ist, auf verschiedenen Seiten. Es gibt auch schon den einen oder anderen YouTube-Videos. Dann gibt es halt auch viele YouTube-Videos mittlerweile. Viele wollen jetzt von diesem Scam halt auch Klicks abgreifen, wo sagen, ja, man kann ja verkaufen, indem man ganz schnell bei PancakeSwap immer wieder Swap drückt. Irgendwann geht es dann durch. Und ich kann nur davon abraten, weil es könnte euch passieren, dass euer Wallet dann auf eine Blacklist wandert und dann geht gar nichts mehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Können wir nochmal kurz ins Handy schauen. So schön diese 642,86 Euro hier stand jetzt aktuell aussehen, also sprich 542 Euro im Gewinn. Die 100 Euro kann ich abschreiben. Ich werde das mal so auf der Seitenlinie mal noch verfolgen. Aber diese 100 Euro kann man abschreiben, verbrannt, Leergeld bezahlt, zu Recht Leergeld bezahlt, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, vor allem, weil ich weiß, wie es geht, wie man nachschaut, kontrolliert. Es ist halt dann auch so, es gibt einen Telegram-Channel, in dem kann niemand schreiben. Nur eine Person, die den erstellt hat, kann dort schreiben. Dort wird immer nur Bilder gepostet, neues Allzeithoch, neues Allzeithoch, um das Ganze so ein bisschen zu befeuern. Twitter hatte für den Twitter-Account auch eine Warnung rausgegeben. Mittlerweile ist die Warnung zwar wieder weg, allerdings kann man keinerlei Beiträge auf der Twitter-Seite von diesem Projekt kommentieren. Das geht also auch nicht. Also ihr merkt schon, die Warnhinweise waren da und ich habe es nicht gelesen. Wenn ich sie gelesen hätte und hätte trotzdem investiert, hätte man können sagen, ich hätte sie ignoriert. Aber in dem Fall war es halt ganz einfach so, ich habe es nicht gelesen. Fertig. Ich habe natürlich halt, wie kam es jetzt dazu, dass ich einfach mal so meine Vorsätze über Bord geworfen habe. Das kam jetzt halt einfach dazu, wie gesagt, ich habe die Serie geguckt. Mein Ding ist es nicht. Man wurde ja halt medial im Radio, im Fernsehen auf diese Serie hingewiesen, dass es halt Probleme in Grundschulen gibt, dass Kinder jetzt das Squid Game spielen, dass solche Visitenkarten aufgetaucht sind, wie man sie halt aus der Serie kennt. und habe mir dann gedacht, okay, geil, jetzt gibt es da so einen Coin. Der Hype wird nicht lange anhalten wahrscheinlich, aber im Moment redet jeder drüber. Da wird auch dann jeder investieren und dann nimmst du dann halt, dieses Ding nimmst du dann halt mit. Machst ein bisschen Gewinn, was dann halt in mein reguläres Depot fließt oder halt zum Beispiel in SafeMoon. Und in dem Moment habe ich dann alles über Bord geworfen an guten Vorsätzen und außer halt in solche Sachen investiere ich maximal immer 100 Euro. Und dann ist es halt passiert. Nichts Dramatisches, mich ärgert nicht die 100 Euro, mich ärgert mich vielmehr, weil ich halt wissen müsste, wie es halt geht. Vielleicht gehe ich da halt auch manchmal ein bisschen zu sehr zu sehr mit mir selber ins Gericht. Aber halt gut, passiert. Überhaupt kein Thema. Normalerweise hätte ich müssen gar nichts darüber sagen, überhaupt kein Video dazu machen. Aber ihr wisst, mein Kanal steht für Transparenz. Viele bewegen sich ja halt immer in dieser rosa YouTube-Bubble. Wenn jemand einen YouTube-Kanal hat, dann muss der ja nur Ahnung haben und dann macht der ja nur alles richtig. Und da gibt es ja überhaupt keine Fehltrades. Der macht ja überhaupt keine Verluste. Und ich mache es halt anders. Ich sage halt ganz einfach, hör zu, ich bin seit dann und dann in ETHs nur Aktien investiert, seit dann und dann in Kryptowährungen. Das und das ist mal nicht schief gelaufen. Ist mal nicht so gut gelaufen. Oder diese NetSense-Geschichte mit diesen 88,80 Euro. Im Endeffekt ist es halt wichtiger, dass die guten Trades oder, ich sage jetzt einfach mal, die guten Trades die schlechten Trades überwiegen. Und die schlechten Trades keine Überhand nehmen. Oder wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte irgendwelche ETF-Anteile verkauft, für hier bei der Geschichte zu investieren. Also mein Hauptdepot hat halt immer Priorität. Auch die Investitionen im Monat ins Hauptdepot haben die Priorität. Und wenn dann noch Geld zum Spielen da ist, dann spiele ich halt auch gerne. Wie ich halt immer sage, die Kryptowährungen sind meine Spielwiese. Habe ich die ganzen Jahre gut hinbekommen. Habe wirklich gut Rendite gemacht. Die 100 Euro habe ich schon längst wieder verdient. Das war auch nicht das Problem. Aber ja, so schnell kann es halt laufen. Und ich musste mich da auch halt erst dran gewöhnen. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den allgemeinen Teil. Ähm, das merke ich ja halt auch immer bei den, ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen in den allgemeinen Teil. Ähm, ich merke das ja immer bei den Depot-Updates. Na, es wird ja wirklich ganz haarklein geguckt und gemacht und getan. Finde ich auch gut. Äh, jetzt, äh, ihr werdet es morgen beim Depot-Update sehen. Habt nochmal was Neues in die Tabelle reingebracht. Kam auch aus der Community ein Vorschlag. Äh, werdet ihr morgen dann sehen, ähm, wenn das Video online kommt. Und, ähm, aber ich halte mich zum Beispiel nicht an 100 Euro auf, äh, die ich mal in den Sand gesetzt habe. Oder an 88,80 Euro. Aber es gibt Menschen, die tun das. Äh, ja, ich bin ehrlich, das nervt. Ja, das ist genauso wie, äh, jemand macht, jemand gründet eine Firma, äh, aber da kommt keiner, äh, äh, und, und die Firma, und er scheitert mit seiner Geschäftsidee. Dann kommen sie alle aus den Löchern und sagen, ja, wir haben das alle gewusst. Aber da kommt keiner raus und sagt halt, ja, schreib's als Lehrgeld ab, hast viel wahrscheinlich, äh, gelernt, hast deine Lektion gelernt. Aus Rückschlägen lernt man sowieso mehr, als wenn's immer nur berg, äh, berg hoch geht. Und, und man gratuliert ihm und sagt, hey, komm, du hast es aber zumindest probiert. Und nix anderes ist es jetzt halt diese Squid Game-Geschichte. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, diese Squid Game-Geschichte, wie gesagt, ich würd's im Auge behalten. Hier blende ich's dir jetzt erst mal aus. Dementsprechend stimmt hier oben auch noch mal die Rechnung. Und manche werden ja jetzt getriggert sein, weil sie jetzt hier die einen oder anderen Coins gesehen haben. Ich hab da für mich selber im Hintergrund, war nie geplant, dass es dazu ein YouTube-Video geben wird, ähm, bei Twitch hab ich das kommuniziert, hab ich gesagt, ich werd mal 100 Euro in Meme-Coins investieren. Na, wie jetzt hier, Richquark, Flocki-Inu, Rainbow-Token, Boxer-Inu. Wobei, äh, zum Beispiel jetzt hier diese zwei Kollegen hier, ähm, hab ich investiert, äh, durch Gewinne, äh, von Richquark. SafeMoon läuft übers reguläre Depot, ähm, allenfalls, was ich machen werde, ihr werdet das beim regulären Depot sehen, halt, dass vielleicht auf einmal der SafeMoon, äh, die Coin-Anzahl, äh, extrem angestiegen ist. Das heißt nur, dass ich hier Gewinne mitgenommen hab und hab die in SafeMoon investiert. Ich hab da jetzt auch für mich nicht so die große Vorgehensweise. Das ist so ein Ding, will ich mal sagen, wo ich jetzt einfach für mich einfach im stillen Kämmer stehen. Bei Twitch, äh, werden wir immer mal wieder drauf gucken. Aber es gibt da jetzt nix, wo ich jetzt sag, es gibt keinen fachlich fundierten Hintergrund, warum hab ich jetzt in Boxer-Inu, in Rainbow-Token oder in Flocki investiert, oder in Richquark. Ja, und, ähm, und so sollte man das Ganze halt auch sehen. Deshalb wird's halt auch heute keinen Link geben zu irgendwelchen Coins, die ihr jetzt da seht. Ähm, und der Hintergrund, wieso ich jetzt zu dieser Geschichte auch kein YouTube-Video machen will, ist ganz einfach, dann zieht man diese, jemand bei Twitch hat's genannt, dann ziehst du auf YouTube die YOLO-Leute an, also dieses You Only Live Once. Ähm, und das möchte ich gar nicht. Die Community hier ist dermaßen super. Wir tauschen uns super aus. Und, ähm, ich möchte das nicht, ne? Also ich will nicht hier den einen Coinen und noch einen Coinen und sowas hochjagen. Ähm, ich hatte auch nie, zu keinem Zeitpunkt, darüber nachgedacht. Und viele haben's gemacht, äh, dieses Projekt euch vorzustellen. Ähm, ähm, das ist halt ein ganz großer Vorteil. Dementsprechend, ähm, muss ich mir keinen Kopf machen, dass ich hier aufgrund eines Videos mir jemand in diesen Coinen investiert hat. Und, äh, ich bin mir meiner Verantwortung mit einem YouTube-Kanal halt auch bewusst. Klar ist jeder für sich selber verantwortlich, aber, äh, das ist dasselbe mit diesen Geschichten, mit diesen Steuerthemen. Wenn ich immer wieder sag, ich kann hier keine Steuerberatung durchführen, ihr müsst dann zum Steuerberater, geht zu eurem Finanzamt und klärt das selber ab und trotzdem kommen die Fragen in den Kommentaren und trotzdem bekomme ich die E-Mails und trotzdem kriegen die Leute immer dieselbe Antwort, äh, weder Anlageberatung noch Steuerberatung darf ich durchführen. Ja, jeder ist für sein, sein Geld selber verantwortlich und jeder muss seine Recherche auch selber betreiben. Ja, und investieren, äh, in Kryptowährungen ist ja halt, äh, komplette Geldanlage selbst in die Hand nehmen und dazu gehört dann halt auch die eigene Steuergeschichte selber in die Hand nehmen. und, ähm, ich weiß auch nicht alles, ne, und gerade im Fall von Kryptowährungen, was heute noch gilt, ist morgen, äh, vielleicht nicht mehr richtig, in Österreich ist da ja viel Wind jetzt gerade im Thema Haltefrist da unterwegs und, äh, ja, wir werden vielleicht nächstes Jahr im Jahresende mal hier nochmal aufs Handy drauf gucken, Save Moon seht ihr ja im Hauptdepot und dann seht ihr ja halt, äh, wie der Depotwert ist, aussieht auf meinem Trust Wallet, aber der Hintergrund war eigentlich, ich mach hier ein bisschen Geld, äh, und wenn's irgendwann zu einer Auszahlung kommt und dann wandert das Geld sowieso dann ins Hauptdepot. Hätte euch allerdings dann aber auch gesagt, ähm, ähm, woraus das dann halt entstanden ist, ne, also das, ähm, hätte ich dann schon gemacht. Mir ist es einfach wichtig, ich möchte einfach nicht, dass jemand, äh, durch irgendwelche Coins, in die ich investiert bin, getriggert wird. Da geht's nicht drum, dass ich euch das nicht gönne oder irgendwie was, aber genau dieses Beispiel hat jetzt gezeigt, äh, fehlende Recherche wird sofort bestraft. Ich weiß nicht, wohin die Reise jetzt mit diesem Squid Game Token geht, ich kann nur davon abraten, in diesen Marble Coin jetzt auch noch zu investieren. Ähm, genauso gibt es Twitter-Meldungen, wo Leute sagen, ja, wir kaufen eure Squid Coins, äh, zu einem reduzierten Preis, ähm, Scammer zieht weitere Scammer an, ähm, auch Telegram-Gruppen, auch YouTube-Videos, in denen suggeriert wird, äh, ich zeige dir, wie du das verkaufen kannst, alles, ich sag jetzt mal, Schwachsinn, ne, also, ähm, ich hab jetzt 100 Euro verloren, es gibt mit Sicherheit andere, die haben viel da reingebuttert oder vielleicht andere Coins verkauft und dann dort zu investieren und wenn dann auf einmal, äh, was weiß ich, hast du jetzt 1000 Euro investiert und man sieht die Rendite, ähm, das ist natürlich dann ärgerlich, aber man soll sich dann halt nur auf die Investitionen beschränken und in meinem Fall waren das 100 Euro und die sind jetzt, sag ich mal, weg, ja, das war's, ne, also braucht man nicht mehr groß drum rumzureden und gut, wie gesagt, ich geh, ich ärgere mich nicht über die 100 Euro, sondern halt einfach über Dummheit, weil ich halt weiß, wie es funktioniert, ne, aber, wurde jetzt halt auch mal vom Hype mitgenommen und, äh, es hat mich auch bestätigt, bei meiner 100 Euro Regel zu bleiben, vielleicht würde ich diese 100 Euro Regel mal anheben, wenn man die pro 500.000 Euro hat, keine Ahnung, äh, kann auch sein, da ich diese ganze Geschichte mit diesen, mit diesen kleinen Coins hier in zwei Monaten über den Haufen werfe, überhaupt alles in, in SafeMoon, äh, und dann ist das Projekt für mich selber beendet, ähm, zum Beispiel bei diesen ganzen Coins hier habe ich überall die White Paper gelesen, äh, 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 einen habe ich auch noch, ähm, den habe ich bei Bitpanda, und zwar hier der Shiba, habe ich auch, wenn ihr seht, 100 Euro investiert, am 24.10. und, ähm, habe dafür aber eine neue Datei im Portfolio Performance angelegt und steht jetzt bei 157 Euro, ja, und, ähm, ja, es ging mir nicht darum, euch diese Geschichte zu verbergen, oder, da ich das euch nicht erzählen wollte, ganz klar, nur ich kann euch so ein Coin nicht in, in einem halben Stunde oder in 20 Minuten Video erklären, ähm, und mir ist es halt wichtig, wenn jemand hier ein Video guckt, dass er nicht aufgrund eines Videos dann auch vielleicht sogar Geld verliert, ne, wir reden immer noch über Geld und nicht über, sag ich jetzt mal, Pille, Palle oder sonst irgendwie was, oder über irgendeinen Cheat in einem Videospiel, und, ähm, das ist mir ganz einfach wichtig, ne, in dem Fall muss ich mir selber einfach in den Hinterrhein treten, ihr könnt gerne kommentieren, ähm, ich hoffe mal, der YouTube-Algorithmus macht seine Arbeit richtig, wenn's diese YOLO-Menschen anziehen wird, und dann kann es sein, dass es das erste Mal ist, dass ich bei einem Video nachträglich die Kommentarfunktion deaktivieren werde. Das Video bleibt da, überhaupt kein Thema, aber, ähm, ich hab in meinem Real Life keinen Platz für solche Menschen und auf meinem YouTube-Kanal halt auch nicht. Also, wenn jemand jetzt das Video geguckt hat und fühlt sich getriggert, irgendwelchen Müll in die Kommentare zu schreiben, konstruktive Kritik, überhaupt kein Thema, lasst uns gerne diskutieren, aber wenn jemand meint, dann müsst ihr irgendeinen Unmut über diesen Tweet auslassen, oder weil er mit sich selber und seinem Leben nicht zufrieden ist, und dann werden Kommentare gelöscht, gegebenenfalls auch die Kommentarfunktion unter diesem Video deaktiviert, nur schon mal als Hinweis, ne. Morgen gibt's das Depot-Update, bis dorthin euch ein schönes, verlängertes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.